Wir werden immer wieder als Deppen angeschaut, aber das hat auch seine Vorteile, weil wir sind neulich in eine Verkehrskontrolle geraten. Ja, eine Alkoholkontrolle, die hätte ins Real blasen sollen. Und einer von den zwei Polizisten hat ihn anscheinend erkannt. Ja, anscheinend vom Fernsehen. Genau, und dann sagt er zu seinem Kollegen, du, den brauchst du nicht blasen lassen, der ist nicht besoffen, der schaut immer so blöd. Ja, und dann haben sie mich einfach weiterfahren lassen. Ja. 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 Ja.